Ich komme aus Hiroshima. Es ist meine Heimatstadt, es ist auch eine traurige Stadt, die man gar nicht erkennen kann. Das ist schon lange her und ich habe auch genug Geschichten von dem Zweitweltplieg gehört. Aber man vergisst es nicht und man denkt dann weiter und nicht immer negativ und positiv denken. Vielleicht merken sie überhaupt nicht, wenn sie einmal nach Hiroshima kommen. Langsam sterben diese Atombombenopfer aus und man spricht nicht mehr darüber. Nur die Angehörigen sind da und die Betroffenen sind nicht mehr so viel über. Aber dennoch darf man nicht vergessen. Von Nachrichten war auch noch nicht so viel, habe ich gehört. Das war gerade passiert und dann kam noch nicht Nachrichten nach Deutschland. Und halb acht, gerade wenn mein Kind zur Schule losgehen wollte, da hat mich meine Schwiegermutter angerufen. Dann sagte sie per Telefon, ja Kyoko, guckst du mal den Fernseher? In Japan ist ein Erdbeben passiert und dann so schrecklich, jetzt kommt er live. Und naja, der Erdbeben alleine macht ja nicht so viel. Warum denn gerade von dem Fernseher? Da habe ich den Fernseher angemacht und dann habe ich gesehen, das war gerade von einem Tsunami. Und ich kann gar nicht so glauben, was das war. Und auf dem Bildschirm war da nur so von einer Hübscher war. Da hat man berichtet nur. Aber das Wasser und was im Wasser steckte, kann man gar nicht sagen, was das war. Von den Augen stammen viele Leute. Wie viele Leute da waren und ich war total sprachlos. Und dann, das war dann schon drei Tage lang. Immer wieder schlimmer, immer wieder schlimmer. Der Tsunami alleine war da zwei Stunden lang höchstens. Und dann hinterher, also gar nichts mehr, nichts. Nein, Gott sei Dank, also meine Eltern sind da immer noch in Hiroshima. Und, aber meine Schwester und Brüder in Tokio. Und ja, da passiert nichts so, ne? Natürlich nur wenig Strom und dann, das ist eigentlich nichts. Ja, ähm, als Japaner denkt man nur, was wir machen können aus Berlin. Und, äh, nicht so viel eigentlich. Wir können gar nicht so direkt vor Ort fahren. Natürlich aus Japan, äh, West-Japan geht auch natürlich nicht so einfach. Da ist alles Chaos. Und dann, was kann man noch machen? Und ich habe auch mit den Freunden mehrmals eine E-Mail getauscht. Und dann alles mögliche, Facebook und dann Twitter, überall gesprochen, was wir machen können. Und jedes Mal dabei, wenn ich rausgehe, natürlich spreche ich auch noch mit anderen Leuten. Leute oder Nachbarn sprechen mich an. Und, äh, alle haben so ein Mitgefühl, richtig so, eine Trauer. Und, äh, das war sehr, sehr nett. Und dann, äh, letztlich, das reichte zu meinem Herz auch. Und sehr dankbar. Und dann musste ich nämlich dieses, ähm, äh, äh, Mitgefühl von den deutschen Bürgern, den deutschen Nachbarn und den Freunden weiter. Alter, ich muss irgendwas machen, damit man mehr helfen kann. Und dann habe ich von anderen Freunden auch gehört. Er konnte auch nicht so in Ruhe sitzen. Und dann hat er sofort irgendwie den Leuten gesagt, ich muss was machen, ich muss was machen. Aber wie? Was? Weiß ich nicht. Aber irgendwas muss ich machen. Und dann haben die Leute die Idee gebracht. Er hat sofort zum Einkaufen gegangen und er wollte schon alleine irgendwas machen. Sonst konnte man gar nicht aushalten. interpersonal Essen ging. Aber wie? Ja, ich weiß nicht. Wir bestenchen dieser because. Roy Bay 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 Sin. Mit si mitten. Das war einfach mal. znajdu. Untertitelung des ZDF, 2020